Irmgard Coyne, nur noch Frauen, eine Fantasie. Angenommen, das würde nun so weitergehen. Die Lust der Männer, einander auszurotten, wäre weder durch angenehme Erfahrungen noch durch die Reize der Nachkriegszeiten zu unterdrücken. Angenommen, ich versuche mir das vorzustellen. Ich überfliege einige Jahrhunderte, ich begebe mich in ein anderes Jahrtausend. Die Landschaft ist flach und leblos, hier und da dünn überschneit. Ich sehe ein mageres Bäumchen mit kleinen grauen Blättern, zahlreiche Erdlöcher, von rostigem Stacheldraht umzogen, eine mürrisch vor sich hinstarrende graubraune Ziege und über allem einen fahlen, hängenden Himmel. Aus einem Erdloch kommt eine Frau gekrabbelt. Sie sieht den Frauen meines Zeitalters nicht unähnlich. Wir haben dieses Jahr einen sehr milden Sommer, sagt sie. Voriges Jahr im Juli konnte niemand ins Freie. Die Erde nähert sich einem glutheißen Zeitalter. Es ist abzusehen, wann sie in Flammen aufgehen wird. Mich schaudert vor Kälte. Juli! Ich entsinne mich, dass man dereinst bei mir zu Hause im Juli im Badeanzug rumlaufen konnte. Die Frau ist mit Bast und Fellen umwickelt und wirkt eher handfest als Kokett. Ihr Blick hat die strenge und gewerbsmäßige Freundlichkeit einer Krankenschwester, die dem frisch Operierten morgens mit stählerner Sonnigkeit zuschleudert. Na, jetzt geht's uns aber schon besser. Sie nimmt mich mit in ihr Erdloch. In einer Art Förderkorb fahren wir hinunter ins 17. Stockwerk. Da wohnt die Frau in einer Seitenhöhle. Hier ist es kalt, sauber und keimfrei. Ich bin zufrieden. Alles gefällt mir. Ich komme aus dem Jahr 1947, dem Jahr der chronisch gewordenen Katastrophe. Und jede Veränderung ist mir recht. Selbst eine Veränderung zum Schlechten hin. Nur eine Veränderung muss es sein. Die Frau taut mit einer Art Staubsauger ihren eingefrorenen Herd auf. Am Abend bin ich bei der Präsidentin in der Riesenhöhle eingeladen. Die Präsidentin ist eine nette, mollige Frau mit verschlafenen Samtaugen und schwarzen Locken. Sie raucht selbstgezogenen Tabak, der würzig und appetitanregend nach geräucherten Flundern riecht und trinkt etwas Gegorenes. Ich biete ihr eine Chesterfield an und fühle, dass ich ihr sympathisch werde. Um uns wogt eine verwirrende Menge von Frauen. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Nachdem ich zum dritten Mal gähnen musste, komme ich darauf, was es ist. Wo sind die Männer? Ich frage danach. Sofort werden die Minen um mich kalt und misstrauisch. Ich trage es mit melancholischer Fassung. In meinem Zeitalter habe ich mich in der Gesellschaft besserer Damen auch oft daneben benommen, wenn ich glaubte, besonders nett und korrekt zu sein. Nachdem ich der Präsidentin sieben weitere Chesterfields angeboten und viel von dem Gegorenen getrunken hatte, wird sie wieder etwas aufgeschlossener. Das Gegorene ist ein mildes, berauschendes Getränk und schmeckt wie... Ja, also Spinatlikör könnte so schmecken. Man fühlt sich etwa wie ein betrunkener Weckapparat kurz vorm Platzen. Ich habe in meinem Zeitalter schon Schlimmeres getrunken. Ich erfahre, dass es keine Männer mehr gibt. Vor zehn Jahren war der letzte Krieg, zu dessen Ehren die Männer einander mit Stumpf und Stil ausgerottet haben, mitsamt den Kindern männlichen Geschlechts. Diesmal ist ganze Arbeit geleistet worden. Alles Vorhergegangene war dilettantisch. Die Frauen ohne Männer scheinen mir weder trauriger noch fröhlicher als die Frauen meines Zeitalters. Sie wirken etwas ruhiger und gedämpfter. Das kann aber auch eine Nachwirkung des totalen Ausrottungskrieges sein. Heimat und Nationalgefühl scheint es nicht mehr zu geben. Nirgends flattert eine Fahne, noch nicht mal eine Fremde. Die unansehnliche Schneefläche mit den Erdlöchern hat keinen Namen. Keine Frau spricht flammend und gerührt von ihrem Erdloch. Dass es ihre Heimat sei, für die sie sterben wolle, einen schöneren Tod gebe es nicht, und die graue Lehmerde am Rand ihres Erdlochs werde sie ewig lieben und sich nie von ihr trennen. Ein Teil der Frauen arbeitet, in denen liegt das so drin. Es sind sogar welche im Bergbau beschäftigt. Der Typ der forschen und tüchtigen Frau ist stark verbreitet. Er hatte von jeher etwas Einschüchterndes für mich. Glücklicherweise ist die Präsidentin leicht angefault, sodass die Tüchtigen zuweilen Hemmungen haben, sich radikal zu entfalten. Es gibt dann noch die Frauen, die immer alles niedlich und adrett machen. Ganz für sich allein, auch wenn sie weit und breit keinen Mann oder sonst jemand haben. Sie haben so ein reizendes kleines Talent, aus etwas nichts zu machen. Aus einer zerfetzten Fußmatte bereiten sie einen schmackhaften Brotaufstrich und aus einer alten Sessellehne verfertigen sie eine entzückende Zimmerdekoration. Dann sind da unter den Frauen die ewig gestrigen, die von der Vergangenheit nicht loskommen. Sie hatten mal einen Mann, der ihnen einen angenehmen Nachgeschmack hinterlassen hat und nun liegen sie in irgendeiner Höhle rum und träumen von ihm. Auch diese Frauen scheinen sich ganz wohl zu fühlen und eine friedliche, konfliktlose Existenz zu führen. Mir graut, wenn ich mir vorstelle, dass alle diese Frauen plötzlich ein paar Radiosendungen aus dem Jahr 1947 hören würden. Wie entsetzlich taktlos und roh würde das wirken. Wie aufreizend. Man stelle sich nur vor, diese männerlosen Frauen müssten anhören, wie gesprochen wurde über Heiligkeit der Ehe, höchstes und einzig wahres Frauenglück, einzige Erfüllung in der Mutterschaft, der tragische Frauenüberschuss unserer Tage und so weiter. Und dabei wimmelt es doch bei uns noch von Männern in allen Schattierungen und diese Frauen hier haben nichts und niemand. Nach den Auffassungen und Reden meines Zeitalters würde den Frauen die geradezu amoralische Sinnlosigkeit ihrer Existenz zu Bewusstsein gebracht, bis sie geschlossenmaßen Selbstmord begehen würden. Viele Frauen sind faul und freundlich verschlafen. Von den Tüchtigen werden sie verachtet, aber meistens in Ruhe gelassen. Augenscheinlich genießen sie es, nicht dauernd einen Mann erwarten zu müssen, der Essen haben will, um sich so dann frisch gestärkt in fremde Mädchen zu verlieben. Sie dämmern sanft dahin und machen die Annehmlichkeiten ihres Daseins von ihrer Fantasie abhängig. Es gibt dann noch einige romantisch ausgeschmückte Höhlen von Frauen und Mädchen, die von Natur leichtfertig und lasterhaft sind. Sie haben sich nette, kurze Röckchen gesponnen und bunte Stoffstückchen ins Haar gesetzt. Sie haben freche Mundwinkel und verschleierte Augen und ihr ganzer Vorrat an Lasterhaftigkeit wird schimmlig und ranzlich, weil gar keine Verwendung dafür besteht. Gespensterhaft blühen sie ins Leere hinein und ihre zahlreichen ehrbaren Mitschwestern können noch nicht mal einen Verein gründen zur Bekämpfung der Prostitution und Hebung der Sittlichkeit. Diese Lasterhaften werden nicht nur in Ruhe gelassen, sie stehen sogar unter Naturschutz. Ohne sie würde die Tugend der Tugendhaften farblos und unansehnlich. Was wäre das lichtumflossene Weiß ohne schwarzen Hintergrund? Wer vermöchte, seine moralische Überlegenheit wahrhaft zu genießen, wenn weit und breit nichts Unmoralisches existierte? Selbstverständlich versuchen die Tugendhaften die Lasterhaften zu bessern, denn das gehört zu ihrem Wohlbefinden. Doch aus Selbsterhaltungstrieb begnügen sie sich mit Teilerfolgen. Ich wohne einigen geselligen Veranstaltungen bei. Es wird etwas Theater gespielt, Lieder werden gesungen und kleine Geschichten vorgelesen. Die Frauen haben alles selbst gedichtet, ohne Männer. Die neue Kunstrichtung scheint mir vorerst noch etwas dürftig und zaghaft. Ich weiß aber nicht, wie man es besser machen sollte. Es fehlen alle literarisch einschlägigen Probleme. Heimat, Vaterland, Heldentum, Kampf der Geschlechter, Liebe, Unzucht, Mord, Verbrechen, Leidenschaft, Todsünden, verwahrloste Jugend, Klassenunterschiede, sozialer Aufstand. Diese Frauengemeinschaft ist ja noch nicht mal ein Matriarchat. Selbst dazu würden Männer gehören, die nichts zu sagen haben. Eines Tages komme ich an ein Erdloch, aus dem plötzlich ungefähr 30 Kinder strömen. Es folgen ein paar Frauen mit quiekenden Säuglingen auf dem Arm. Woher? Ehe ich noch weiterdenken kann, umringt mich ein 20-Frauen-starkes Polizeiaufgebot und führt mich ab. Verhaftungen erstaunen mich nicht. Ich bin aus Deutschland und im 20. Jahrhundert. Doch woher kommen die Kinder? Nach meinen Erfahrungen? Aber was sind schon Erfahrungen? Vielleicht werden die Kinder künstlich hergestellt. Einige Frauen arbeiten emsig in Höhlenlaboratorien. Durch die Präsidentin wurde ich am Abend wieder freigelassen. Wir sitzen zusammen und trinken Spinatlikör und ich biete amerikanische Zigaretten an. Bald habe ich keine mehr. Ich glaube, dass ich meinen Aufenthalt hier abbrechen werde, wenn ich die letzten Stummel verraucht habe. Die Präsidentin steht kurz vor ihrer Entlassung und befindet sich in jenem Übergangsstadium, das schwankend Würdenträger mitteilsam werden lässt. Und so erfahre ich an diesem Abend das große Geheimnis. Es existiert noch ein Mann. Ein einziger. Man zittert davor, dass irgendeine fremde Macht ihn entführen könnte. Daher das Misstrauen. Ich kann es verstehen. Der Mann lebt in einer abseits gelegenen Luxushöhle. Hunderte von Polizeibeamtinnen bewachen ihn ständig. Diese Beamtinnen werden wiederum von einer erlesenen Geheimpolizei überwacht. Trotzdem werden immer wieder Überfälle auf den Mann versucht. Und immer wieder kommt es vor, dass Beamtinnen sich bestechen lassen. Hunderte von Frauen bereiten dem Mann ausgesuchte, stärkende Nahrung. Ein Heer von Pflegerinnen und Ärztinnen ist stets zu seiner Verfügung. Eine Unterhaltungstruppe ist eigens für ihn ausgebildet worden. Die gesamte Arbeit dieses Frauenstaates gilt fast ausschließlich diesem Mann. Verbrechen, die begangen werden, werden seinetwegen begangen. Strafen, die verhängt werden, werden seinetwegen verhängt. Gefängnisse existieren nur seinetwegen. Alle Versammlungen, die stattfinden, findet seinetwegen statt. Der Mann ist Eigentum der Gemeinschaft. Jeden Monat wird er ausgelost. Für acht Tage. Alle Frauen zwischen 20 und 50 dürfen an der Verlosung teilnehmen. Viele sind dagegen, dass die 50-Jährigen an der Verlosung noch beteiligt sind. Aber die haben es durchgesetzt, da sie sich in der Majorität befinden. Es ist ähnlich wie bei uns mit der Raucherkarte. Wer den Mann einmal gewonnen hat, darf bei weiteren Lotterien nicht mehr mitspielen. Täglich ergeben sich neue Probleme, die in täglichen Sitzungen geregelt oder nicht geregelt werden. Erst kürzlich hat der Mann wieder eine Eingabe gemacht, dass er nur noch alle drei Monate ausgelost werden möchte. Man ist nicht bereit, darauf einzugehen, will ihm aber etwas entgegenkommen. Ich erfahre, dass es Frauen gibt, die zu faul seien, an der Verlosung teilzunehmen und auch unter den Lasterhaften seien viele zu verkommen, um auf eine anständige und geregelte Art mal vorübergehend zu Mann und Kind gelangen zu wollen. Sie verzichten aus Unmoral. Andere wieder verzichten freiwillig aus Moral. Es handelt sich da um Mitglieder einer Sekte, die im Gebet die Kraft finden, allem Fleischlichen zu entsagen. Ich meine, allzu viel brauchen sie nicht zu beten. Bei dem einen Mann, da kämen wir in meinem Zeitalter überhaupt nicht mehr aus dem Gebet raus. Am stärksten drängen sich die tüchtigen Frauen zu der Verlosung. Verschiedentlich sollen sie sogar versucht haben, auf die raffinierteste Weise zu mogeln. Ob der Mann denn nie von sich auswählen dürfe? Die Präsidentin sieht mich mit höflichem Mitleid an. So weit reiche ja nun ihre historische Bildung, um zu wissen, dass noch zu keiner Zeit ein Mann gewählt habe, sondern immer gewählt worden sei. Ich muss ihr Recht geben. Allerdings mit der Einschränkung, dass man in meiner Zeit den Männern doch hier und da noch die Illusion lasse, wählende statt gewählte zu sein. Ich erzähle, wie es bei uns im Jahr 1947 zugeht. Niemand will mir glauben, ob wir die Männer bei uns frei herumlaufen ließen? Ob denn nie welche abhanden kommen würden? Ich erzähle, dass man bei uns in jeder Straßenbahn ganze Horden entzückendste Männer aller Altersstufen frei und ungeschützt stehen und sitzen sehen könne. Dass sie ohne Polizeibewachung durch die Straßen wandeln. Dass mir keine Fälle bekannt seien, wo Frauen sich an ihnen vergriffen hätten. Die Zeitungen hätten auch noch nie etwas über Entführungen von Männern gebracht. Die Frauen sind fassungslos. Sie denken, ich wolle mit unserem hohen Sittenstandard schamlos prahlen. So viel Ehrlichkeit könne es doch einfach nicht geben. Sie gestehen, dass sie jetzt eine Expedition losgeschickt haben. Weit, weit fort solle noch ein Mann existieren. In einer anderen Frauengemeinde. Und den wollen sie rauben. Doch seien die Expeditionsmitglieder noch nicht zurück. Und so wisse man nicht, ob das Gerücht auf Wahrheit beruhe. Ich habe das Gefühl, aus einem Zeitland mit geradezu erdrückendem Reichtum zu kommen. Ich erzähle, dass es Frauen bei uns gäbe, die einen vollständigen, gut erhaltenen Mann ganz für sich allein beanspruchten. Den Frauen verschlägt's die Sprache, ob so viel Ungeheuerlichkeit. Der Erfolg meines Sensationsberichtes steigt mir zu Kopf. Ich renommiere mit der Wahrheit. In meinem Zeitalter habe ich keine Gelegenheit dazu. Ich berichte, dass bei uns sogar noch Männer hingerichtet werden. Die Frauen schreien auf. Ach, warum geben sie die dann nicht lieber uns? Wie gern würde ich das tun. Wenn es möglich wäre. Und von mir abhänge. Ich überlege sogar, dass man bei uns eigentlich auch eine Sammlung veranstalten könne. In der Art der früheren Spinnstoff-Sammlungen. Jeder Haushalt soll nur mal genau nachsehen, irgendwo liegt bestimmt noch ein Mann rum, auf den niemand mehr Wert legt. Gewiss, auch wir sind knapp. Aber wir haben doch immer noch was abzugeben. Wie viele Frauen denn bei uns zum Schutz und zur Umsorgung dem einzelnen Mann zur Verfügung gestellt seien? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir diese Arbeit bewältigen. Hier im Frauenstaat können sie die Arbeit um den einzigen Mann kaum noch schaffen. Als ich erzähle, dass es bei uns sogar vereinzelt Männer gäbe, die arbeiten, finden die Frauen das pervers und schweigen angeekelt. Vor meiner Abreise gelingt es mir noch, die Erlaubnis zu einem kurzen Interview mit dem Mann zu erhalten. Der Mann ist gerade der achttägige Besitz einer resoluten Vierzigerin. Die Frau hat einen dreijährigen Aufklärungsunterricht hinter sich und müsste eigentlich wissen, wie sie den Mann zu behandeln hat. Trotzdem scheint sie Lampenfieber zu haben. Die beste Theorie ersetzt eben nicht die Praxis. Die Frau hockt in einer Ecke auf einem Ochsenfell und macht einen nervösen Eindruck. Sie wird von einer Anzahl Polizeibeamtinnen in Zivil ständig überwacht, auf dass sie dem Mann keinen Schaden zufüge. Mir scheint, das Liebesleben zur Zeit von tausend und eine Nacht war doch wohl etwas stimmungsvoller gewesen. In einem anderen Höhlenraum hockt der Mann. Er ist klein und dick, mit Spitzbauch und Glatze, die umrahmt ist von grauroten Haarbüscheln. Kein ausgesprochenes Prunkstück seiner Gattung. Er scheint zwischen 50 und 60 und sieht äußerst muffig und verdrossen aus. Er macht ein Gesicht wie ein deutscher Schuster, dem man Schuhe zum Besohlen bringt. Nichts als die Schuhe. Ich erzähle ihm von meinem Zeitalter und er beginnt langsam etwas aufzutauen und Interesse zu zeigen. Die amerikanische Zigarette lässt ihn nahezu freundlich werden. Das berührt mich heimatlich. So bin ich's von Haus her gewohnt. Ob denn wirklich bei uns mehrere Männer sein? Dann könne man ja Parteien gründen und Krieg führen. Doch es graust ihm wiederum vor einem Land, in dem die Männer frei und ungeschützt herumlaufen müssen. Er stellt es sich vor und schaudert. Ich erzähle ihm von unseren Gefängnissen, in denen Männer jahrelang eingesperrt würden und niemals, niemals würde eine Frau zu ihnen gelassen. Da wird er ganz träumerisch und seine Miene drückt eine derart fessellose Sehnsucht nach deutschen Zuchthäusern aus, dass ich fürchte, ihn wird gleich der Schlag treffen. Als wir vom Krieg sprechen, wird er lebhaft und beinahe jung. Er arbeite an einer technischen Erfindung, vermittels derer er die Erde an die Sonne schleudern könne, zwecks endgültiger Vernichtung. Schöner schienen ihm allerdings die Kriege in früherer Form, so wie zum Beispiel zu meiner Zeit, da die Männer noch hinauszogen zum freien Spiel der Kräfte. Ach ja, ob die Frauen ihn denn nicht an seiner gefährlichen Kriegsarbeit hinderten? Frauen lieben Helden, sagt der Mann. Außerdem müsse er ja durch irgendetwas bei Laune gehalten werden. Polizeibeamtinnen verhindern, dass ich dem Mann noch eine Zigarette gebe. Es könne seiner Gesundheit schaden. Mir ist es recht. So bleibt mir gerade noch eine für die Rückreise. Wirklich. Ein paar könnte man ruhig noch abgeben.